Wie laut Menschen schreien können, das haben wir heute schon schmerzlich in unseren Camp-Blood-Folgen gehört. Aber jetzt kommen echte Schrei-Profis. Sagen Sie Ihren Nachbarn am besten schon mal Bescheid oder nageln Sie am besten die Fenster zu. Es könnte wirklich etwas lauter werden. Monsters of Rock Liebe Promis, kommt mal an die Buzzer, Sie kommen nicht runter. Alles gut. Ja, man, ja. Wir schwitzen komplett. Wir haben die Buzzer auch nicht unter Strom gesetzt. Ross, Hände weg, es könnte gefährlich werden. Damit ihr noch mal durchrauschen könnt, euren Blutrausch vor allem beenden könnt, stelle ich euch erst mal eine nette, sympathische Dame vor. Hallo, Britta. Hallo, Simon. Hi, Britta. Habt ihr das Massaker gerade mit angeschaut? Wir haben das mit angeschaut und es war wirklich sehr unterhaltsam. Mein Gott, Mädels, ihr habt euch da echt abgerackert. Abrackern tust du dich ja auch. Apropos, du bist Sängerin der Band Critical Mass. Kannst du euren Musikstil mal so ein bisschen für die Zuschauer, die euch nicht kennen, beschreiben? Ja, das ist immer ein bisschen schwer, Death Metal zu beschreiben, aber auf jeden Fall wird es ganz schön heiß und wir sind sehr geil. Sehr gut. Sehr gut. Ich kenne die Musik ja auch. Es ist für dich so etwas als Ventil, um deine Wut rauszuschreiben. Oder das ist wirklich Musik, wo du sagst, gerne mal beim Gläschen Rotwein abends. Ach, also ich sag mal, Death Metal ist so eine Musik für jede Lebenslage. Das ist gar kein Problem. Und wie ist es gerade bei euch? Wo kann man euch hören? Spotify, YouTube, alles Mögliche. Live-Auftritte habt ihr ja wahrscheinlich gerade nicht. Oder seid ihr alle immun, weil ihr eh auf der Bühne immer Fledermausköpfe esst? Das haben wir noch nicht probiert, aber ja klar, das Live-Jahr ist irgendwie ziemlich gegessen. Wir hoffen alle, dass es bald besser wird. Na klar, das geht der ganzen Eventbranche so, ne? Aber ja, wir sind auf allen sozialen Medienplattformen und Streamingdiensten vertreten und da kann man uns finden und unseren Sound zu einem Glas Rotwein genießen. Sehr gut. Wow. Critical Mass für euch, liebe Promis. Liebe Durch-Critical Mass. Critical Mass. Das ist das, was du da drüben gerade veranstaltet hast. Ach so. Okay. Also pass auf. Die werden euch jetzt gleich sechs bekannte Songs spielen, aber sie werden sie natürlich in ihrem eigenen Stil interpretieren. Ihr müsst erraten, um welchen Song es sich handelt oder erkennen vielmehr. Wenn ihr meint zu wissen, was es ist, drückt den Buzzer, antwortet. Wenn die Antwort richtig ist, kriegt ihr den Punkt. Wenn die Antwort falsch ist, geht der Punkt an die Gegner. Wo ich euch schon so da stehen sehe, bitte die Hände hinter den Rücken, vor jeder Runde und es wird von hinten gebuzzert. Interpret und Titel? Mir reicht der Titel, wenn du einen extra Kürbis haben willst, kriegst du auch. Oder den Interpretate, weil ich kenne nicht immer alle. Der Interpretate existiert nicht ohne Interpret. Ja, das reicht. Einfach nur den Titel. Und ohne zu wissen, wie ihr jetzt klingt, aber kann man euch auch für Kindergeburtstage buchen? Das entscheiden wir auf jeden Fall einfach mal nach dem Spiel. Und jetzt Münder zu und Ohren auf. Es geht los mit der ersten Runde Monsters of Rock. Was? Deichkind. Was? Ah ja. Ross? Hat gebuzzert und sagt Deichkind. Aber ich kenne den Eichkind. Aber es geht um den Deichkind. Ich kenne den Titel. Ja, aber du hast gesagt, hier ist entweder Titel oder... Ja, aber das singt doch vor. Vielleicht erkennt man das. Nein, ich kenne den Titel. Scheiße, er hat recht. Wie hieß das? Remy Demi. Oh, jetzt hat sie das für mich gesagt. Also Ross hat gebuzzert. Was ist deine Antwort? Also ich kann nur, da ich kenne den Titel, aber ich weiß, dass das... Wenn du ihn singst, dann kriegst du den Punkt. Wir lassen uns mal zählen, ausnahmsweise ab sofort der Titel zählen. Wir hören mal ins Original rein. Mal schauen, vielleicht fällt dir dann auf der Titel ein. Ja, 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 ja. Ich habe einfach nur geraten. Ich wusste gar nicht, ich habe gedacht, entweder das war Fantastische Vier oder Deichkind. Du hast sehr gut geraten. Falls ihr glaubt, nicht glaubt, dass sie es wirklich gesungen haben, wir hören nochmal den Song an, wie die interpretieren. Ja, na klar. Dann könnt ihr mal den Vergleich ziehen. Die singen das nochmal. Die singen das noch einmal, ja. So will ich mich erst mal hören. Alter. So klang meine Mama einmal, wenn ich mein Zimmer nicht aufgeräumt hatte. Alles klar, Hände wieder hinter dem Rücken. Das ist so geil. Arbeitest du als Gegensprechanlage bei McDonalds mit der Stimme? Mein Hauptberuf. Der erste Punkt geht an Ross. Yes! Scheiße, der Ross geht heute ganz schön ab. Ja, ich weiß auch nicht. Ihr seid sehr nett zu mir. Sehr schön. Du bist auch sehr nett. Hände hinter den Rücken. Wir machen weiter mit Song Nummer 2. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody. Das ist definitiv Buck Street Boys. Aber es ist Quit Playing Games With My Heart. Ich weiß nicht, ob das der richtig ist. Nein, es ist nicht. Es ist nicht. Es ist nicht. Es ist nicht. Ross sagt, Quit Playing Games With My Heart. Wie gesagt, der Interpret ist jetzt irrelevant. Wir hören mal ins Original, ob es Quit Playing. Everybody. 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 Wow. Also vielleicht. Also vielleicht. Nein, mein Hirn macht nicht mehr. Aber das ist unfair. Vielleicht, wenn ihr euch nicht ganz. Ich hab nur ein bisschen Glück hier. Ich hab nur ein bisschen Glück hier. Und ich nur denke, ja geil. Aber. Habt ihr noch Bock? Na, Digga. Drittes Lied. Was ist das jetzt? Das sag ich dir nicht. Dritter jetzt. Drittes Lied. Achso, okay. Critical Mass. Und bitte. Do you do what I feel like? Oh my God. Brothers, do you? Do you do what I feel like? Das ist so krass. Das ist so krass. Ein Moment mal. Habt ihr jetzt seine Song gespielt oder was? Das war geil. Do you do what I feel like? Ross dreht endlich. Aber das ist Heimspiel. Das ist geil. Finde ich super Simon. Wir dachten ja, dass er seine Zeit hinter sich gelassen hat. Aber Ross lebt anscheinend immer noch in der Vergangenheit. Herz in meinem Herzen. Wir hören mal rein, ob er recht hatte mit Do you von Bro Sis. Nein, ganz gut. So, hey. Do you know what I'm saying? Do you know how the time to go your very own way? No glad of one they say I was never the one? Oh. Ross, ska du feind das? Jetzt mit Ross. Alles gut. Nee, nee, nee. Jetzt mit Ross. Ich kann es nicht. Ob du singst? Ich kenne den Text nicht mehr. Von du, du? Ich kenne den Text nicht mehr. Ich kenne den Chorus. Auksache, du hast es im Herzen. Du könntest tanzen und ich sing ihn. Was? Du könntest tanzen und ich sing ihn. Okay. Die Choreo? Machst du die Choreo? You might do you, gell? Ross, Ross, was ist das denn noch so? Du tanzt die Choreo, oder was? Also Ross, Anthony und Critical Mass. Jetzt, da gehört, da kommt zusammen, was endlich zusammengehört, oder? Fire and Ice. Jetzt, du go, your very own way, you better what they say. I was never the one to do the things all the people do. Am I doing this to all my parents trying to tell me? Even if I'm inside or part of my dreams. I'll be still my own days in my old life, the dresser like the boy news team is that baby, very bad. Going to the woman with the girl in my arms. Vielen Dank. Wow. Das ist echt gut. Also, Ross legt gut vor. Punkt geht an Ross. Gibt's doch nicht. Ja, es gibt doch gar nicht. Ich will jetzt mit spielen. So weit vorne liege ich auch nicht, ne? Jetzt lass die mal singen, Ross. Okay, lass die mal singen. Und vor allem beobachtet die auch mal, wie die schön moschen. Und ihr müsst darauf achten, Kinder, da draußen, wenn ihr zu viel moscht, dann werdet ihr irgendwann Schlagzeuger. Da gehen die Haare aus. Mal dran denken. Also, Lied Nummer 4. Bitteschön. Ich weiß es nicht, ob ich im falschen Monat bin, aber all I want is Christmas for you. Ich weiß nicht, ob du gerade in deinem Monat bist, aber all I want is Christmas for you. Haben sich gerade alle Englischlehrer Deutschlands erschossen. Warum das denn? Heißt es genau. Das war jetzt genau so, Evelyn. Okay. Evelyn sagt, all I want for Christmas. Ich weiß es nicht. Wir hören mal rein. Keine Chance. Nothing compares. Nothing compares. Ist ja ähnlich ein bisschen. Ja. Nothing compares to you. Oder? So, der Klang ist immer wieder richtig. Ich bin mit O'Connor. Ich bin mit O'Connor. Ich bin mit O'Connor. Nothing compares. Evelyn, somit war deine Antwort leider falsch. Wir kriegen alle einen Punkt. Wir müssen Ross noch stürzen. Den Ross machen wir jetzt fertig. Den machen wir jetzt fertig. Fertig machen wir jetzt. Das Spiel machen wir jetzt gut. Hände hinter den Rücken. Ohren gespitzt. Critical mess. Let it crack. Ich kenne Flieger. Was weiß den Titel? Sofia hat gepasst. Stupid Love Lady Gaga, glaube ich. Stupid Love Lady Gaga. Was? Stupid Love Lady Gaga? Stupid Love Lady Gaga? Stupid Love? Stupid Love? I want your stupid. Stupid Love! Ha 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 ha! Sehr gut! Ha ha ha! Sehr gut! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Wow! Super! Geil! Aber immer hier auf Rockröhre machen und dann bei Lady Gaga buzzern. Sofia bekommt den Punkt. Du lagst absolut richtig. Mega! Jetzt liegst du auch vorne! Krass! Und wir kommen zum nächsten und somit auch zum letzten Song von Critical Mess. Weak and Blinding Lights! Weak and Blinding Lights, dass du da überhaupt irgendwas rausgehört hast. Mal sehen, ob Ross recht hat. Ich finde es respektabel, dass er so schnell draufgepasst hat. Wir hören mal ins Original rein. What? Was ist 2020 für ein Jahr, wo Ross Anthony die Metal Challenge gewinnt? Hey! 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 Sehr gut, Ross! Du hast Blinding Lights gesagt. Es war Blinding Lights und somit geht's der Punkt an Ross! Ich bewege hier ehrlich gesagt eh nur noch meine Lippen. Ich weiß nicht, ich höre nichts mehr. Ich höre mich selbst auch nicht. Ich weiß nur, Ross hat auf jeden Fall dieses Spiel gewonnen. Sophia zweitplatzierte. Was das genau bedeutet, sagt uns jetzt Andrea. Das war Monsters of Rock und danke an Critical Mess! Auf jeden Fall schon gebucht für den Geburtstag meiner Schwiegermutter. Und wir gucken auf die Schlüssel, was das alles bedeutet. Also ich glaube, Ross ist auf jeden Fall Stammgast in Wacken. Der hat noch kein Festival verpasst. Dahinter ist dann gleich Sophia. Die hat ihrem Ex wahrscheinlich immer mehr zugehört. Luke kriegt auch noch einen Schlüssel weg. Und Evelyn, die geht nochmal in Englisch stunden. Warum? Ich hatte doch einen Punkt. Ja, du warst ja letzte. Einen. Das war genau das Problem einer. Aber kommt doch gerne mal zu mir. Kommt gerne zu mir, denn für die Gesamtpunkte bedeutet das nämlich, wir schauen mal drauf, was hat sich verändert. Wer am wenigsten hat, liegt in unserem Fall vorne. Ross, 29. Sophia, 33. Evelyn und Luke, Schlusslicht mit 34 Schlüsseln. Aber es geht noch mehr. Du schimmelst da nicht, oder? Nein, nein. Es sieht aus, als hättest du ein sehr schlecht laufendes Hotel. Im Moment, das ist ja kein Wunder. Nichts allen. Volligaccord. Deal. Saft. Eight Sal�. Ja. Ganzeplěj 1984 Talk.